Ich versuche heute, diesen viralen Filter hier nachzuschminken. Ich weiß nicht, ob ich das hübsch oder gruselig finden soll. Die Augenbrauen sind ziemlich dunkel. Softer Lidschatten hier oben. Und dann hier innen, glaube ich, so ein bisschen schwarz. Ah, ich hasse das. Natürlich Mascara, aber nicht mal so viel. Ich glaube, das Allerwichtigste bei dem Make-up ist Bronzer und Kontur. Da ist nämlich eine Menge drauf. Ah, das mache ich normalerweise nie so stark. Nase. Und meine Lippen sind einfach doppelt so groß wie sonst. Das bedeutet, ich werde es jetzt ein bisschen overlinen. Ich habe meine Lippen gerade so viel übermalt wie noch nie. Und es ist trotzdem auch immer nicht groß genug. Und schauen wir mal, wie echt mein Make-up jetzt aussieht. Naja.